Jetzt läuft es auch. Mein Jahr mit den Grünen war ein Jahr des regen Informationsaustausches, der sachlichen Diskussionen, der intensiven Haushaltsberatungen im Rahmen der Klausur. Die waren so intensiv, dass ich mir die Antipasti leider nur angucken konnte und sie nicht essen konnte. Beim nächsten Mal wird es besser. Vielen Dank.